Wussten Sie schon, dass unser vollständig synchronisierter Antriebsstrang eine automatische Anpassung der Erntevorsatzdrehzahl an die eingestellte Hexellänge gewährleistet? Eine Standardfunktion seit 2015, die Ihnen eine unvergleichbare Flexibilität, Präzision und Fotoqualität bietet. Der optional erhältliche duale Erntevorsatzantrieb, ebenfalls erhältlich seit 2015, ermöglicht eine unabhängige Einstellung der Drehzahlen von Zinkeneinheit und Förderschnecke. Damit können Sie auch in schwierigen Bedingungen Ihre Maschine vollständig auslasten. Vertrauen Sie darauf, dass John Deere hochmoderne Lösungen bereitstellt, die die Effizienz neu definieren, das Fahrererlebnis erhöhen und neue Maßstäbe für die Ernteproduktivität setzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017